Du sollst nicht Vögel angucken, du sollst arbeiten. Man kann sie flüstern hören. Oh. Ja, ein Ries waren wir. Ich will nicht von deinem Morgenritual in den Weg kommen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich. Da sitzt noch eine. Taylor. Lass uns nicht schreitern. Kates Video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Okay. Rachel owes the money. Pay up, bitch. Herrische beste Freunde. I guess I've had mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay. Danke für's Gespräch. Baron. Der redet in sein Handy. Der redet in sein Handy. Oh, nothing. Waiting? For a call? I mean, I already took the call. Anyway. I wanted to rap about that action yesterday. Hmm. Das war irre. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl. She's pretty punk rock. How do you know her? Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rockstar. Which begs the question. Why is Nathan Prescott getting psycho on you? He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. You're fucking weak. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia. Planet of the Apes marathon. Cool. Let's go ape. Let's go ape. Yeah, find ich cool. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool. Cool. I'll text you the info. Top. Was is here actually? Nix. Okay. Then we go to the planet of the marathon. That's great. Football. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Good day. Good day. Eine wunderschöne Busfahrt. Don't you know the happy ground to glide. Through your weakest moments to leave the night. Turning nightmares only shines. Cash some light it'll be alright. Wenn du Pricefield shoppen könntest, würdest du das tun? Was? Pricefield? Chippen könntest. Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Pricefield chippen. Sorry, ich kenne das nicht. Was ist Pricefield? Hm. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Da ist der Leuchtturm, oder? Mhm, ja. Chloe und Max zusammenkommen lassen. Hm. 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 Hm, ja, wieso nicht? Ja, klar. Würde ich schon machen. Ich würde nicht träumen, ob ich es nicht. Ich werde mich ein Millionär sein. Ich hoffe, niemand stöhnt meinen Lager. Geh über zurück in Zeit. Der Diner sieht genau wie das gleiche. Die Stimme ist ja echt geil. Alter Mann. Wow. Okay. Kein Zeit für Chit-Chat. Ich bin ein Millionär. Yep. Ich habe mein Lager-Ticket hier. Okay. Für den Bus, damit ich es in den Kasten kann. Wie du meinst. Hi. Du siehst verloren. Näht. Wissen Sie, ob der Bus noch nicht gekommen ist? Die Online-Schedule nicht funktioniert. Ich bin gerade ausgestiegen. Aber es war ein School-Bus. Aber ich bin sicher, dass der regularer Bus auch kommen wird. Genau. Oh, das ist ein Relief. Ich kann nicht zu late für dieses Jobinterview. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Bus bis zum Newport zu nehmen muss, um einen zweiten Job zu finden. Ist das nicht so gut? Wo sind die Dinge gut? Ich kann nicht sogar hier leben. Well, gute Glückwunsch. Danke. Ich brauche es sicher. Schau mal an diese Flyer. Es ist so traurig, dass niemand sie lesen wird. Wieso? Meint die das? Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Guten Morgen. Sieht so, wie du bereit bist, zu etwas sehr interessantes Fische. Ach so, weil die Fische weg sind. Dafür gibt es einen Sturm. Ihr eigenes Boot. Ah, die Prescotts mal wieder. Die Prescotts. Die Prescotts haben viel Kraft. Sie können die Stadt Prescott Bay rennen, wenn das dir nichts sagt. Denen gehört man in die Schule. Sie haben meine Schule. Die Krux haben Respekt, wenn sie ihre Namen auf Schulen und Bibliotheken setzen. Aber es ist nicht so, Kast. Ich höre die Fische von Bali High. Wir wiegen nur so. Ich würde gerne wissen, ob wir gehen müssen. Glückwunsch da draußen. Okay, ist eigentlich ganz cool, dass der ein eigenes Boot hat. Den können wir ja vielleicht irgendwann mal abhauen. RJ McReady. McReady? Klingt fast wie Boaty McBoat. Wenn das jemanden kennt. Boaty McBoat. Boaty McBoat Face. So hat es das geheißen. Boaty McBoat Face. Oh ja, typisches amerikanisches Diner. Hier ist ein Cop, oder? Polizist, genau. Polizisten hängen doch immer hier rum in so Diner. Kaugummi-Automat. Typ. Einfach nur Typ. Der Mann sieht nicht schmerzt. Hey, du da. Ne. Bleib doch mal stehen. Können wir gar nichts bestellen. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker, lecker. Mmm. Können wir da ein Stück nehmen? Num, num. Weg. Hier ist, was ist das? Leberkäs. Ne. Das ist Kuchen. Kuchen und, ähm. Also links unten schaut echt aus wie Leberkäs. Aber es ist Kuchen und Donuts und nochmal Donuts und Cupcakes. Ja. Wahnsinn. Mm, nom, nom, nom. Können wir da reingehen? Nö. Die Ehrenwand der Fische. Okay. Naja. Ist jetzt nix für uns. Mh. Benutzen. Gitarrenstück. Oh, ja. Naja. War doch keine gute Wahl. Ich hab' dich, Babe. Ich hab' dich, Babe. Oh, wie apropos. Aber keine fucking Waffe. Ich hab' dich, Babe. Wow. Kann Kiezi mit Glück sein? Das ist so perfekt. Okay. Foto. Oh, ein Wahlfoto. Nische. Ah, hier können wir uns hinsetzen. Wir werden mal kurz die Typen anreden. Mal schauen, was die so labern. Lkw-Fahrer. Äh, hallo? Pardon moi, aber du bist in meiner Augen. Ist nicht alles in hier mit einer Augen? Ich will nicht auf deine Tone. Du klingt wie Joyce. Wie klingt Joyce? Bossig und smartass. Wie du. Joyce ist die Beste. Joyce regelt. Ich will genau wie sie sein, als ich groß bin. Sieht, wie du dich auf deinem Weg bist. Ich bin in dieser Dive für drei Jahre gekommen und Joyce gibt mir Scheiße, wie sie aus dem Stil geht. Das ist, wie sie rollt. Das ist, warum ich sie jeden Tag hermüchse. Gut. Ich kann nicht warten, um dich zu sehen, wie du griechiges Bacon und ich will, als ich groß bin. Genau wie Joyce. Jetzt, pardon mich, wenn ich zurückgekommen bin. Sehr netter Kerl. Sehr netter Kerl. Ganz toll. Ich fühle mich nicht, wie zu sprechen. Ich muss eine Menge Essen zu meinem Kopf geben. Jetzt. Ende der Unterhaltung. Danke schön. Hallo, Sir.